weiterhin mit dem lieben krumm Bart Hallo EP PVP XX Nö Und er hat sich, wir haben hier schon ein bisschen weiter gemacht ähm, hier haben wir halt so einen Bunker und da haben wir uns jetzt eingerichtet der andere Typie ist jetzt weg Ich hab einen anderen Bunker Ja, und hier hab ich ein paar Büsche hier hab ich auch schon einen Generator einen energetischen Infundierer ich hab ganz viel schon gecraftet auch so eine resonante Energiezelle und zukünftig werde ich mir dann hier einen Reaktor bauen Wir tun jetzt nur am Anfang Team und später Genau Am Anfang werden wir uns noch so eine Art verbünden aber ähm, nach der Zeit kommt es dann, dass wir uns zusammenschlagen So So Reaktor Casings So Wie wir beide einfach kein Eis haben Ist einfach so, oder? Ist okay Hm 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 Hier muss da noch eine Schicht Oh Gott wird das Es ist gerade dunkel, nein Dann geh ich kurz zurück zu meiner Base Mach das Oh Da ist mein Helikopter Das ist mein Heli Brrrrrrrrrrrr Mit F wechsele ich Nein mit H Ei Steig da aus Hey ich kann nicht wechseln Alter Ich schlag dich zusammen Oh das ist ein Creeper Bitte kipp mir Gunpowder Komm her an aber keinem Ich höre es nicht umsonst schon etab die Und der kipp mir natürlich nicht Ich glaub ähm daraus kriegt man keinen Gunpowder Ich glaub das wurde removed Dass man aus Creepern keinen Gunpowder mehr rausbekommt Okay Schade Hast du irgendwie noch Eis? Dann heißt es wirklich Ähm meinen halben Stack aber Ne Warte behalte ihn Behalte ihn mal lieber ich ähm Guck mir noch mein Crafting an wie ich den Reaktor weiter bauen muss Ich kann ich geh mal Oh mein für dich Guck mal ob ich einfach find Okay So muss ich das machen Ich tu mal deinen Gang verbessern Ja mach das Also dass du noch einen Block über dir frei hast Weil so kommst du auch schneller runter geh Oder? Ja so war Sorry What? Ja wenn du dir Wenn über dir ein Block frei ist Dann kannst du schneller runter und hoch Das ist gut Weil dich blockiert ja immer der eine Block Ja Ich hab grad nochmal Eisen gefunden Ich hab noch ein bisschen Eisen Ich hab jetzt 8 Eisen So Das ist schon mal halber Stack Okay Okay Oder Oder Was? Ja Also für nichts Das ist meine Mum Mein Mum Ich hab noch Factory Block So Ich hab noch Factory Block So Ich komm dann mal wieder hoch Also den ersten Kill werden wir zusammen gegen Aachen starten Okay ich mute mich mal kurz Okay 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 Ähm Sieht man das? Guck mal Guck mich mal an Ja? Hebe ich das Schild jetzt vor mich? Ja Hä? Ich kann dich auch nicht hitten oder so? Kann ich irgendwie ne Uzi gleichzeitig benutzen? Hä? Ich hab dich geschlagen du hast keinen Schaden bekommen Ja Jetzt schon Doch ich bekomme damage Hör auf! Okay okay ja chill Ja alles gut Alles chillig Kann vielleicht jemand in die Kommentare schreiben Ob man vielleicht ne Mini Uzi oder so Dafür benutzen kann Als zweite Waffe Ja das wäre schon praktisch ne? So ein Schild Muss man das hier rausschreiten Okay Leute Heute ist es mal Eine etwas kürzere Folge Ähm Ich werde nochmal Back the Scenes Ein bisschen parmen und so Leute Ich werde das euch einfach ersparen Und dann die Kampfszen Werde ich euch dann zeigen Das war's für heute Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Lasst einfach ne kleine Bewertungen da Ähm Dann sehen wir uns einfach im nächsten Video Und ich wünsche euch noch pilotasu Juhu G3 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 Ero G4 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 G4